Apropos Datomir. Ach, Kree, was haben Sie gekocht? Es riecht furchtbar! Gar nichts! Ich sage doch, auf der Mantis ist irgendetwas im Gange. Vielleicht wird der Kleine was eingeschleppt. Oder ist es doch Ihr Essen? Ich weiß ganz genau, wie mein Essen riecht. Das ist es nicht. Außerdem habe ich Haare gefunden. Haare, überall Haare. Kurz und drahtig. Ach, so wie Ihre? Nein, nicht wie meine. Kurz auf. Das ist bestimmt ein Hinweis. Wir haben einen blinden Passagier und ich werde es beweisen. Ja, das sagten Sie bereits. Hatten Sie Glück? Habe ich jemals Glück? Natürlich nicht. Ich werde alles im Auge behalten. Wenn Sie Spuren finden, sagen Sie es mir. Na klar. Wird sein, dass Sie dann wahrscheinlich nicht mehr die komplette Story mitkriegt, was unseren kleinen Freund hier in den... Hallo? Na du? Du wirst gesucht. Hör bitte auf in die Ecken zu kacken. Das fällt auf. Wer weiß, ob es dann reingekne paar Orte gibt. Am Ende. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Here we go! Oh! Oh! Ich würde gerne ein wenig nachdenken. dann hör auf ansprechbar zu sein grrrr, diese eine Pflanze da die muss noch auswachsen hat das gerade das Pfeifen gehört da oben in dem Schacht seh dich du kannst nicht ewig geheim bleiben weißt du, dass das fällt irgendwann auf wie macht der Bocklin? so macht der Bocklin weg ist der Bocklin overrode Rattlinburg rocked down in the valley manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung aber ansonsten macht es kaum Probleme Grease ist ein wahrer Experte wenn es um Technik geht er hat bisher jedes Problem der Mantis im Handumdrehen gelöst mich überrascht nur dass er draußen auf Datumier ist nun, sie hat nach meinem Schiff gefragt da muss ich es ihr doch zeigen das ist faszinierend du musst mir zeigen wie mein Pilot wird wow, eins nach dem anderen erst Wartung, dann Flugstunden vielleicht bis jetzt habe ich noch nichts versprochen finde ich gut und kann sie uns irgendwo hinfliegen Grease bereit für eine Datumiertur? du machst Witze, oder? er würde nicht lange durchhalten hör auf die Schwester der Nacht ich verzichte dankend drauf, Kleiner ich bin zwar ein Spieler aber für das Risiko bin ich noch nicht bereit vielleicht zeigst du uns mal dein Zuhause ja, ist ne gute Idee echt? Latheeran? ich denk drüber nach es ist ne Weile her seit ich das letzte Mal dort war das fände ich selbst ganz schön Grease? ich hoffe, der Kleine kriegt es hin Grease? bist du okay? oh, Cal ich hab mit meiner Pflanze gesprochen ich verstehe schon das hat mich jetzt verwirrt du sorgst dich um deine Pflanzen? sprich sogar mit ihnen hey, die sind gestresst manche mag es vielleicht harter machen aber Pflanzen gehen davon ein sie werden durchkommen und falls nicht könntest du sie dann zurückbringen? vielleicht? und nur, dass das klar ist ich will nicht von Monsterpflanzen im Schlaf angeknabbert werden ach dann solltest du mich nicht ärgern bin beschäftigt, Cal ich bleibe hier ich muss nicht noch weitergehen ja, was das angeht kannst du bitte deine Schwestern zurückrufen, Schätzchen weil das wäre um einiges weniger stressig wenn die hier nicht mehr und außerdem könntest du deinen Brüdern sagen sie sollen mal still stehen weil sind schon genug gestorben wie fühlst du dich hier? gut jetzt wo Malikos weg ist? kaum zu glauben, dass er mal ein Jedi war das war die Verzweiflung es gibt so einiges das dich zerbrechen lassen kann ich lernte, dass wir bei der Reaktion auf Unglück immer eine Wahl haben stimmt aber die Narben bleiben nimm sie auf ihr lastet auch noch Schmerz sie mag kein Jedi mehr sein aber sie wird immer für ihre Überzeugung kämpfen gut wie gesagt, deine Schwestern da vorne hol dir was du willst und gib nichts wieder zurück, ja aber, aber nein hey Kumpel ah, okay ich kann alles haben was auf diesem Planeten ist, ja alles gut, denn dann seh ich mich mal um uns fehlen drei Prozent die irgendwo hier unten sein müssten wenn ich mich richtig erinnere hier im Opfersumpf fehlt uns noch irgendwie was zum erkunden witzigerweise ist da keine Truhe die ist woanders wo ist denn die? wo fehlt die Truhe? nope nope ah ja doch, ich weiß wieder wo die Truhe fehlte die Truhe fehlte hier hinten beim Tempel da habe ich irgendwie eine Truhe übersehen in dem Bereich wo alles rumrennt das wird bestimmt lustig also werde ich erst zum Tempel gehen und von da aus dann in die Rutsche runterspringen erst ein paar mal fluren weil Rutsche dann hoffentlich unten im Bau des Nightwark ankommt dann irgendwie wieder aus dem Loch rauskrabbeln voll der Plan, oder? auf geht's jetzt soll ich woanders lang gehen das hilft dir doch nix hallo Schwestern ja, Aua habe Hand gebrannt das ist doch alles zum ködeln ich habe sogar keinen Bock darauf Mann, komm ich mir unfähig vor wegen der paar Frauen Mann, wie oft kann man mit einem Schwert an so einem Zombie vorbeischwingen das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert so ein Ding zu treffen Siehst du was ich meine? Es ist nichts Du hast es nur mit einem heißen Stick und alles ist okay Kawabanga Nee, wenn ich was an dem Spiel ändern würde dann die Konsequenz dass hier auf einmal alles uns jagt weil das ergibt keinen Sinn nicht jetzt wo Meryl mit uns mitgekommen ist ich will nicht sagen dass es schlauer gewesen wäre wenn sie nicht dabei wäre weil ich bin total dafür dass sie bei uns ist weil sie dabei auch die Gegner ausschalten sollen ich gewinne irgendwie nichts dabei wenn Darton nämlich weiter versucht zu töten das ist komplett unnötig ich gehe jetzt mal hier lang erst mal bevor ich den Tempel durchsuche ich habe so die leise befürchtet dass es hier schneller und einfacher möglich ist was zu übersehen es erhält immer überhaupt nichts dieses Schwert trotzdem mache ich es immer wieder an weil ich denke ja, da sehe ich mehr hier eine Kiste was kann da drin sein jetzt weiß ich auch wo die Kiste sein kann irgendwo da oben wenn ich nämlich immer versehentlich hier runterrutsche dann hm ob es sich lohnt wegen einer Kiste unten im Ort so einen Aufwand zu betreiben natürlich nicht aber er kennt mich doch aber er kennt mich doch vorwärts wie ist das? wie ist das? Ich muss eh gleich mich wieder in den Eiter-Säcken da vorne stellen, deswegen habe ich gerade nicht wirklich eine Meinung. Was da? Könnte was sein, auf dem ich stehen kann? Braucht nicht. Do it! Und das ist warum ich nicht diese Körner auf dieser Planeten mag. Bäh! Ich krieg schon eine Mise. Der Planet ist bereit für Kilmer. Aber wir schlagen zurück. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hast jemand von euch hier noch eine Kiste, die ich vergessen habe? Nicht so richtig, oder? Wir sind in dem Bereich, wo uns eine Truhe fehlt. Also, hm. Wenn hier ist sie wirklich drin. Dann frage ich mich aber, was ich da übersehen haben muss, damit ich die Truhe übersehe. Möglich ist es. Ich hätte trotzdem gedacht eher, dass sie hier draußen ist. Weil drinnen fällt so ein leuchtender Kasten eher auf als hier draußen. Im echten Leben würde ich sowas niemals machen, denn es könnte extrem gefährlich werden, auf so ein Ding einzuschlagen. Am Ende platzt das und sämtliche Säure, die im Innern ist, ergießt sich überein. Muss man nicht haben. Man weiß nie, was in so einer Eiterbeute drin ist. Das würde nicht da hinten sein, oder? Das wäre ja unter aller Sau, wenn ich da hinspringen müsste. Wenn ich mich allerdings zurückbesinne, an Mictrols Grab. Also, am Ende kommen wir da oben irgendwie raus und mussten durch den Tempel, um an das Ding ranzukommen. Okay, suche ich den inneren ersten Teil des Tempels ab. Äh, äh. Darum. Nicht mal dahinter? Nein. Das heißt, ich komme hier nicht auf die Sephor-Statue rauf. Willst du mich verkübeln? Warum nicht? Ich gehe nochmal außenrum, nur so zur Vorsicht. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Da, gut. Dann sehe ich mich im Innern um. Hallo. Große, böse Kammer. Bitte habe etwas für mich. Bitte. Hier fehlt sowieso sauviel Zeug. Das ist auf dem Planeten hier noch schlimmer als auf Ilum. Drei plus... Also, beim Fremden fehlen mir ganze fünf Dinger. Ja, macht schon mal acht Sachen, die fehlen. Neun. Hier drin nehme ich auch noch irgendwo eins, was sich mit diesem Penner und Meryl beschäftigt. Das ist, weil ich ein Laserschwert in der Hand habe. Da zerspringen die Krüge, sobald ich gegenlaufe, weil die Klinge darin eindringt und Boom macht. Das ist ein voller Laserschwert-Effekt. Und nicht blödsinnige Physik oder sowas. Ja, okay. Ja, siehst du? Das ist ein Schwert-Effekt. Die hier ist offen. Ist aber nicht schön. Ich dachte, ich finde die in den dunklen Ecken was, aber die dunklen Ecken gibt es offenbar nicht mehr, weil da war ich schon. Was ist das? Offenbar sind Jedi-Symbole, aber die bringen mir auch nichts. Ich muss hier irgendwas übersehen. Die Frage ist, was? Ich muss hier noch tiefer ins Grab reingehen. Eigentlich nicht, weil es bringt nichts. Aber irgendwoher muss ich einen Geschmack dafür kriegen, wie heimtückisch hier das Versteck sein kann, dieser Truhe. Vielleicht komme ich da auch nur von der anderen Seite ran. Weiß man es? Hallo, ist jemand hier? Oder nicht so much? Ich bin looking for something I missed. Hier hätten wir an sich fast alles gefunden. Irgendwie ein Weg oben durch die Decke durch? Auch nicht so richtig, ne? Es muss total bekloppt sein, das Versteck. Irgendwas super simples, was ich nicht begreifen kann. Was? Also, das wäre ja, das wäre sowas. Aber lass mich jetzt zurück für mich antworten. Der Aufstehen! Dann käu' ich gleich diese Be quite direkt. Duck nach Demons. Und das ist es mit meiner Störbeci grants dich. Savipps dasőlotte. Ich Biology haben auch über 32 Jahre alt. Aufstehenswert daselbe. awardiert die Barbar über 1, OK? Ja, keine Meinung. Wirklich alles so viel heller, wenn man aus so einem dunklen Kram herkommt. Ist nur, okay, ist nur die Kopfform. Ist ja auch nicht so, als könnte ich jetzt in eine der Ecken da reinkrabbeln. Das wäre es ja dann. Da würde ich ja was finden. Das Licht hier verhält sich auch, wie es lustig ist, ne? Bestimmt ist da dann irgend so eine geheime Ecke, wo ich was nicht sehe. Ich frage mich allgemein bei 90% der Kisten, wie ich die überhaupt gefunden habe. Ich gehe nicht, solange hier noch Töpfe stehen. Hier auch ist die Chance, dass die Karte einfach bescheuert ist und unten in dem Stück, was fehlt, die eigentliche Kiste steht. Das ist ein EA-Spiel, das ist möglich. Ich meine, wäre es ein Bethesda-Spiel, wäre es garantiert. Ich kann ja nochmal versuchen, ob ich da oben hinkomme. Warum eigentlich? Die Idiot kann fliegen. Soll ich dann nochmal die Flugversion-Funktion benutzen? Und das da sieht zum Beispiel noch ein Stück aus, auf dem man stehen könnte, wenn man da irgendwie rauskommen würde. Aber ehrlich gesagt sehe ich keinen Weg, der uns dahin fühlen würde. Diese Kiste hatten wir bereits. Ja, unsere Kiste ist hier. Ich bin ein. Ich kann ja. Wenn die Flugzeuge, würde ich her. Ich werde das eine sehr berühreste. Das Witzige ist halt, dass das hier oben wirklich aussieht, als wäre das irgendwas, wo man hin könnte. Ich sehe da keine Kiste. Seht ihr da eine Kiste? Nee, ne? Ich bilde mir ein, die würde auffallen. Ich bilde mir auch ein, dass die Leute jetzt nicht so der Meinung waren, weißt du was, für ein Fall, dass hier jemand die Kamera benutzt, um sich umzusehen. Blenden wir die Kisten erst dann einen, wenn sie vom Spieler entdeckt wurden. Das wäre auch gemein. Ja, ich gehe nochmal kurz da rum, dann kann ich ja sehen, ob da oben irgendwas ist, das ich übersehen habe. Ich meine, hier komme ich nicht rein, das kann ich vergessen. Da sind Oranken, da ist eine weitere offene Kiste. Ich habe eine Kiste gefunden, aber die ist schon offen. Da sind sowieso. Ich gehe mal, Ich gehe mal kurz da. Ich danke dir. Ich gehe mal kurz, dass ich offen habe. Da sind sowieso. Ich gehe mal kurz, dann habe ich auch immer wieder das mit dem Spiel zusammen. Das ist sowieso. Ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz. Das eine Mal, wo ich sie von selbst entdecke, rennt BD von allein dahin. Oh, hast du die vorher nicht gefunden, Kumpel. Yay, Sammler-Trophäe, das war alles, was es gibt, ne? Zeig doch mal. Sammler alle Trönen und Geheimnisse, so viel dazu. Wuhu. Und wir haben eine Art Gecko-Poncho. Ja, okay. Wer darauf steht. Ist interessanter als die meisten, das muss ich dem Poncho lassen. Vermutlich habe ich das immer übersehen, weil ich hier immer zu sehr damit beschäftigt war, nicht zu sterben. Ja, immer eine halbe Stunde für eine Kiste. Kann man machen. Sollte man nicht, aber kann man machen. So, jetzt zum eigentlich nervigen Teil des Ganzen. Der, auf den ich keine Lust habe. Warum ich ihn trotzdem mache? Weil darum... Ich weiß auch, wie gesagt, nicht. Das ist doch irgendwer anguckt. Das muss dann wirklich so aus Prinzip sein zur Entspannung im Hintergrund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zuguckt und aktiv miträtselt, in welcher letzten Ecke da noch was sein könnte. Und dann ganz wütend in die Kommentare schreibt, du Oberlustmolch, hast da was in der Ecke übersehen. Der Einzige, der das macht, bin ich. Bei meinen eigenen Videos. Da schreibe ich dann schon mal hin. Ey. Da fehlt was. Werden wir Zeuge eines Wunders? Ich denke nicht. Ich habe recht. Ich habe recht. Ja, zweiter Versuch ist fast ein Wunder. Okay, wie tief bin ich? Noch nicht tief genug. Frage ist, hätte es einen schnelleren Weg nach da unten gegeben. Frage ist, wo will ich gerade eigentlich hin? Nicht zur Siedlung. Ich will zum Bau. Der Bau ist tiefer. Immer ganz weit tiefer. Aber müsste in der Nähe der Siedlung sein oder so. Wenn ich mich nicht irre. Guck mal, so mache ich aus hier. Das hier ist. Der Punkt, wo ich eigentlich hin will? Nein. Das hier ist der Punkt, zu dem ich eigentlich hin will. Ich habe schon wieder vergessen, wo er ist. Oh, wenn ich dem Ding hier folge. Müsste ich eigentlich hier unten hinkommen. Na dann hurtig, hurtig. Und jetzt hoffen wir, dass wir nicht zu vielen Brüdern begegnen. Wenn ich schon mal da bin, kann ich der blöden Fledermaus gleich noch ins Scheitel ziehen. Ach komm, Kerl. Das ist albern. Wir sind erfolgreich vor Darth Vader geflüchtet. Und du kriegst es nicht hin, über so eine Mauer zu hüpfen. Hab mal, was schwerer ist. Never more. Eine gute oder eine schlechte Abkürzung? Ich weiß es gar nicht. Es ist wahrscheinlich gar keine Abkürzung. Okay, wollte ich hier hin? Ich würde mir gerne irgendwie eine Markierung oder so setzen. Oder mich zu den Dingern dahin teleportieren können. Vor allem hier Rutschpartie. So, und um zu der Rutschpartie zu kommen, muss ich hier hinkommen. Und um hier hin zu kommen, muss ich einfach nur noch den Gang entlang. Gut. Gut. Ich habe gesehen, was aus dem Schlag zu kommen ist. Ich habe gesehen, was aus dem Schlag zu kommen ist. Welche! Holt ihn euch, Brüder! Lass nicht zu, der Schlag ausweicht! Du hast dein Schicksal besiegt! Did I! Ich könnte ein Stim gebrauchen. Okay, BD. Findest du hier noch irgendwelche Hinweise auf den Fremden oder sowas? Nee, ne? Wenn du was siehst, sag ruhig... Buh, 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 buh! Und renn da hin. Wir haben Zeit dafür. Weil wenn ich den Blitz in hier schon mache, dafür sollten wir Zeit haben. So, okay. Und da hast du denn irgendwie... Ja, also ich muss durch die Stadt, zu der ich auch gekommen wäre, hätte ich einfach das Seil hier oben genommen. Schlau, Logi. Und dann muss ich hier irgendwie in die Rutschbahn rüber, die es hoffentlich noch gibt. Oh, Drecksschpin-Fiech-Pisser hier! Und dann geht's mir! Oh, ja! Und dann schlau! Oh, ja! Oh, ja! Jetzt warten wieder alle darauf, dass sie ihren Super-Megaschuss ausführen können. Selber. Endlich. Oh, okay. Ich muss auf die andere Seite. Somehow. Ich mach doch mal Licht hier. Wait for it. Da oben habe ich gerade was leuchten sehen. Da will ich hin. Hmm. Ich mach doch mal die Ichkart. Und dann warte ich etwa eine Sitzung. Ich werd verräutert. Und dann lasst die Wälder. Und dann lasst uns die Wälder. Ich mach doch mal wieder da. Ich mach doch mal diese Wälder. Ja, es gibt noch eine Wälder für die Wälder. Ja, es ist nicht so eine Wälder. Der Eindrängling ist stärker als wir. Leg die Waffen nieder. Ergeben wir uns. Unterwerfung. Na, immerhin habe ich irgendwas zum Fremden gefunden. Der mittlerweile kein Fremder mehr ist oder so ein totes Arschloch, das irgendwo mitten in den Boden versenkt wurde. Klar soweit? Gut. Wunderprächtig. Niederrack, Niederrack, Niederrack. Hi. Misty. Und das ist, warum ich immer wieder aufschraubt. Und nicht aufschraubt. Und das ist ein Dämm. Genau. Fuck it. Drecksvieh hier, ey. Sehr gut, Kumpel. Das gleiche. Hier gibt es hier irgendwas, was ich erreichen kann. Dieses Ding. Nope. Gibt es etwas, das dieses Ding versteckt hat? Nope. Gibt es hier zusätzliche Sachen nicht, damit er reichen kann? Auch nicht. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nö, sei denn, man kann die Wandmarkierung da hinten scannen. Kannst du die Wandmarkierung scannen, bitte? Nope. Oh, come. Oh. Ah. 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 Oh, ich sag mal, ich komm näher. Über die Brücke und dann links. Na, dann geh halt da durch. Hier Kopfgeldjäger rumlaufen. Bin ich gerade welchen begegnet? Ich weiß gar nicht mehr. Oder waren die auf Illum? Was war denn eine gute Idee? Ich weiß nicht. Nein. Im Moment sind jetzt die Berüstungen nicht mehr belegt, weil meine Süße gerade nicht mehr den Laden leidet. Oh, es wäre ja auch viel zu einfach gewesen, würde es da mal rausgehen. Wohin wird denn das führen? Ah ja. Hm? Hm? Just don't. Halt's Maul. Okay. Wenn ich ein Ort wäre, den ich noch nicht gesehen habe, hier unten in diesem Dreckshaufen, wo wäre ich? Wahrscheinlich in dem Loch da. Das Loch da, das nicht existiert. Das Loch da existiert. Perfekt. Wo könnte ich noch sein? Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh! Oh. Oh, nein. Da kann man nicht oft genug nachtreten. Okay, die Treppe führt mich dahin. Dann ist außerdem die Absturzstelle. Was? Die ist doch noch zu, die Kiste. Verstehe ich nicht. Ah, jetzt ist sie offen, verstehe. Immer noch nicht. Irgendwo hier müsste noch so ein Viecher rumrennen, denke ich. Wahrscheinlich gerade im Urlaub zu sein, ist auch nicht schlecht. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hm. Möchtest du das Feuer hier scannen? Das Feuer? Wäre das Feuer? Auch nicht. Gut. Jetzt tu mal noch so, als würdest du hier nie raufkommen. Weil das wird jetzt wahrscheinlich nicht die 15% der Karte sein, die uns hier noch fehlen. Was wirklich hier ganz arschvoll sein muss, wenn ich mir das hier so angucke, weil... Wo fehlen hier bitte 15%. Hier könnte noch was sein. Ich versuche ja nicht komplett hirnlos an die Sache ranzugehen. Okay, das zählt schon nicht mehr dazu. So die Rutschpartie hier runter, die wird's nicht sein. Das hier rauf, hatten wir uns gerade angesehen, ist eher unwahrscheinlich. Hier eben so. Was... Was hier könnte... Nee, 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 nee. Da war nur das Krabbel für die Fledermaus. Nee, die war hier. Ich sollte wirklich versuchen zur Abschlussstelle zu kommen. Hier hinten könnte noch was sein. Das ist relativ vielversprechend. Also runter und durch. Für euch ist hier kein Platz. Die Brüder werden euch töten, wenn ihr bleibt. Ah, gegen dich haben sie sicher keine Chance. Verhandlungen. Ah, das war so der Rest. Leider war das nichts, was mir gefehlt hat. Auch wenn der Vorsprung hier gerade... Verdächtig nach Erkundung aussieht, aber egal. Oh, 90. Ich hab etwas gefunden. Ha! Cool. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Dann... Wär ich nie drauf gekommen, wär ich nicht zufällig hier rüber gestolpert, aber... Ich hab was gefunden. Das Beste daran ist, es wird mir da vorne angezeigt, da kann's weitergehen. Das heißt, wenn ich hier weitergehe... Find ich ein Kopfgeldjäger. Und mir fehlen auch immer 5%. Was richtig kacke ist. Weil wo fehlen mir hier 5%? Äh... Okay, da ist der eine. Die Frage ist, wo ist der andere? Immer zu zweit. Die sind... Ein Arschloch und ein Handlager... jeder fast sagen ist egal weil ich das sowieso hin wollte außerdem könnte das hier unten noch so ein ding davor was komplett das dings du bist da woher ist dein Freund? und mehr importantly was ist dein Freund? ah scheiß drauf ich werde es eh gleich rausfinden findest du das fair ja? ich vermute mal dein Freund ich wollte eigentlich vorschlagen ich werde es genießen jämmerlich wie einfach so die Schwester hinter ihm gerannt sind man der Luxus eine Selsa Schwert take me out for lunch and shit dunja besiegt ok ok but they're still 5% missing was I ever up where could be possible that I was not where ne gildet nicht als die letzten 5% ich seh schon ich werd hier erst alles oh da vorne ist was wo ich noch nicht war nicht jetzt Schwester ich darf das da vorne nicht aus den Augen verlieren wie komm ich da am besten hin dammit scheiße ok naja warum nicht das sind garantiert die letzten 5% ich meine was soll das sonst sein ich konnte da vorher nie hinkommen weil der Vater einen war noch gar nicht entdeckt den ich dahin genommen habe und dann versteht wie ich meine dass wenn ich jetzt hier so die Windung nehme und hier rübergehe mit etwas Pech Merde komm ich hier irgendwo raus ohne alles aufzuscheuchen Gibt es hier überhaupt noch was was ich aufscheuchen könnte mir fehlt noch ein Neidrack auf meiner Liste an gefährlichen Viechern und schon startet die Bossmusik Hä Hä? Das ist nicht was ich meine ok wo bin ich? hier bin ich hier bin ich achja das da vorne wollte ich mir nochmal geringfügig ansehen hm ne ne aus dem Wrack kann ich wenig herauslesen ne aus dem Wrack kann ich wenig herauslesen so so Aua weil stell dich nicht so an Kerl das haben wir schon 3-4 mal gemacht heute ich ich weiß irgendwann wird es repetitiv und langweilig und du fragst dich nur noch warum du es nicht hingekriegt hast komm die letzten 5% weil wir wissen wo sie sind das letzte Play ist so gut wie vorbei oh ich will sie auf der Karte haben ein Glück 100% das war für ein Ritual der Schwestern der Nacht ihre Magie gab ihnen Kraft Rituale ja guuuuut bäh gut es macht alle Karten zu 100% erkundet dafür war eben die Dings wie heißt die die Trophäe ne äh geh da leise mit d verfolgt die Karten von b d 1 ach g 10 10 10 10 10 10 10 11 Die verschlüsselten Loks können wir, wie gesagt, vergessen. Das Terrarium habe ich hoffentlich, wenn wir gleich zurückkommen. Die Zunge ist auch... ...Octo, vergiss es. Wir siegen 25 Gegner. Ja, vergiss es. Nicht im Let's Play. Dann gehen wir mal zurück und gucken uns unser Terrarium an. Das sollte... Genug tun, genug sein. So, wie mache ich das am besten? Ich würde mal sagen, zurück zur Stadt, denn das sei nach oben. Eins von beiden. Und das war es dann. Wie komme ich zurück zur Stadt? Ah ja, hier lang, hier lang, hier lang. Wie komme ich da rauf? Am besten, das sei, was hier hinten ist. Okay, wir drehen uns also einmal um, Kerl. Und los geht's. Warum auch? Warum ist das, das sei total unnötig, weil man auch klettern kann? Es ist ein Fast-Fragen, was da oben wäre, sonst. Das hält mich nicht auf! Versuch's mal, Gedi! Der zittert vor Angst. Das denkst du, dass er euch ausweist. Bereit zum Sterben, Gedi? Mir legt ihr euch doch gar nicht an. Verdammt. Brüder, helf mir! Skut? Ah! Ah! Ich gebe mich mit sowas jetzt nicht ab. Schnell-Kerl. So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Rauf, rauf, rauf. Und wahrscheinlich die Treppe rauf. Hier lang. Und dann... Genau. Doppelseil, wenn es geht. Quasi nur einmal durch den ganzen Komplex da. Ah, habe ich noch eine einfachere Wahl? Ne, nicht so unwirklich. Schön. Wäre ja auch zu einfach. Irgendwie recht erinnere, habe ich hier unten ja schon alles drei, vier, fünf Mal untersucht. Und trotzdem weiß ich noch nicht, wo der richtige Weg ist. Das... Der Weg ist schon mal ganz gut, finde ich. Idiot! Ich gestehe, die Versuchung ist groß, aber ich werde ihr widerstehen, weil... Noch? Nein! Nein, 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 nein. Nein! Nein! Noch könnten wir theoretisch raus, ohne nochmal, weiß ich was, alles wiederzubeleben. Ähm. Oder auch nicht? Ich muss jetzt hier einmal rüber... ...dududududu... ...dudududu... 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 ...dududududu... Wenn ich das fucking Seil erwische. Klar, jetzt verreck ich die unten auch noch, oder was? Er zittert vor Angst. Das schreckt sich nicht ab. Ich muss das nicht verstehen. Lasst nicht zu, dass er euch ausweicht. Er läuft weg! Gar nicht schlecht! Oh. Bringt es zu Ende! Du entkommst mir nicht. Wen ist der? Ich finde, ich bin ganz gut dabei aus dem letzten Loch zu pfeifen. Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Alter, hör doch mal auf! Das ist albern! Was glaubst du es denn, ey? Was glaubst du es denn, ey? Was glaubst du es denn, ey? Bisschen Nervenkitzel am Ende darf doch schon noch sein, oder? Puh. Puh. Vor allem so unnötig. Ja, die Schwester da vorne ist immer noch tot. Was heißt's? Ich hab ganz da zu mir mit nur 10 Stimbehältern in einem Rutsch abgesahnt. Find ich gut. Bin gespannt, was mich auf die letzten Zentimeter noch tötet. Oh. Auch wenn Malikos nicht hier ist, bleibt Dato mir äußerst gefährlich. Achte gut auf deine Umgebung. Zieh bitte deine Schwestern zurück. Das macht die Sache so viel einfacher. Lass uns nicht länger hierbleiben. Super Idee. Komm, Süße, wir fliegen. Es ist immer gut, ein wenig nachzudenken und zu reflektieren. Du mich auch. Hey Kleiner, ich wollte dir noch danken. Mein Terrarium ist voll. Jetzt kann ich Holos für den galaktischen Botanikerwettbewerb machen. All die Mühe nur, damit du angeben kannst? Ah, nicht nur. Der Gewinner des Hauptpreises bekommt Credits bis zum Abwinken. Hast du vor, mich zu beteiligen? Wow, langsam. Es geht dabei ums Großziehen von Pflanzen, nicht ums Sammeln von Samen. Naja, wenigstens ist die Mantis lebendiger. Ich bin dafür, dass wir jetzt alle zum Ruhestand nach Bogano fliegen. Was haltet ihr davon? Super Idee, oder? Wir müssen das Imperium da wegfegen und alles wird gut. Ab nach Hause. Heute ist unser großartiges Militär damit befasst, die Gesetze des Imperiums durchzusetzen. Und jedem Einhalt zu gebieten, der unsere galaktische Harmonie zerstören will. Hören Sie diesen Dreck? Schalten Sie ab, Grease. Diese Lügner. Meinen Sie, den Müll glaubt irgendjemand? Zu viele auf den Kernwelten. Für sie hat sich seit der Übernahme durch das Imperium kaum was verändert. Ach kommen Sie, einige sind heute reicher als zuvor. Nicht so wie auf den entbehrlichen Welten. Nicht wie auf Lateron. Solange der Imperator die richtigen Leute zufriedenstellt, wird das so bleiben. Deshalb brauchen wir die Jedi. Dann sollten wir das Holoding schleunigst holen. Das war jetzt das, was wir schon zerstört haben. Ist glaube ich ein ganz guter Abschluss vom Dings. Hier rüber Junge, wir landen gleich. Ein guter letzter Funkspruch, sagen wir es mal so. Das war jetzt nicht so. Habt ihr noch abschließende Worte? Scheint nicht so. Habt Grease noch abschließende Worte? Auch nicht. Genau so wenig wie das Terrarium. Oder sonst was. Eine Sache wollte ich noch kurz beim Lichtschwert gucken. Nämlich ist mir aufgefallen, dass dieses Stück, was wir da am Ende haben, macht und Kontrolle. Wenn ich mich nicht irre, dann müsste das... Ähm... Das Ding der Inquisitoren sein, oder? Habe ich so den Eindruck. Äh... Ja, so... Das Ding ist, die haben... Licht... ...im Schalter. Aber das sieht man hier glaube ich nicht, oder? Gut, dann ist das ein anderes Modell. Wobei das an sich auch irgendwie cool aussieht, oder? Lassen wir das. Das Schwert ist unser. Wir haben haufenweise Kameraden. Bleibt nur zu hoffen, dass irgendwann die Reise weitergeht. Und... Bis dahin... Begebe ich mich in Meditation. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017